Was haben wir denn besprochen? Das sollte eigentlich eine Überraschung sein. Apropos Überraschung. Der eigentliche Grund, warum ich heute hier diesen Tisch... Ja, aber ich hab doch noch bestellt und zwar weil... Aber ich wollte heute mit dir hier hin. Ja, und wenn ich ihn nicht reserviert hätte, dann würden wir jetzt an der Pommesbude stehen und Rot-Weiß essen. Entschuldigung bitte. Ja, du hast gerade eben gesagt... Oh ja. Sag mal, macht deine Chefin nicht mal Feierabend? Ah, die lutscht es lieber aus wie eine Kabel-Sonnentüte. Ja, und wie es mit sich machen lässt. Das sagt gerade der Redner. You're my heart, you're my soul. Oh, gibt's nicht ein Lied mit diesem Titel? Keine Liebe mehr, weil ich sie nicht verdiene. Als ob ich sie jemals kennengelernt hätte. Doch. Doch, ich hab sie kennengelernt. Zach, ich hab sie jemals kennengelernt. Ich hab sie nicht mal! Also, ich hab sie nicht erwstanden. Ich hab sie gemelte, wenn ich sie hier nicht ăn. Ich hab sie nicht eingelarent. Ich hab sie nicht Product-P celebrate. Ich hab sie nicht knapp. Ich hab sie nicht übere Sluestaend gesehen. Ich hab sie nicht über Leo mitجe räuf gentlemen. Ich hab sie im Netz gegenüber mit зем Untertitelung des ZDF, 2020